Moses hielt eines Tages eine Rede vor den Israeliten. Einer fragte ihn, welcher Mensch ist der Weiseste? Er, Moses, antwortete, ich bin der Weiseste. Da hielt ihm Allah diese Äußerung vor, weil er das Wissen nicht auf Allah bezog, und gab ihm anschließend ein. Doch einer von unseren Dienern, der sich an dem Zusammenfluss beider Meere aufhält, ist weiser als du. Moses sagte, jawohl Herr. Wie komme ich dann zu ihm? Allah sagte zu ihm, nimm einen Fisch in einem Korb mit und achte darauf, dass du dem Weg des Fisches nachgehst, bis, wenn er dir abhanden kommt. Da begab sich Moses in Begleitung seines jungen Dieners Jusabeh nun auf den Weg, und sie trugen den Fisch bei sich. Als sie einen Felsen erreichten, ließen sie sich nieder und schliefen ein. Der Fisch wurde lebendig, ersprang aus dem Korb heraus, fand einen Weg zum Meer und schwamm davon. Als die beiden dann weiterzogen und den eigentlichen Treffpunkt passiert hatten, sagte Moses zu seinem Burschen. Bring uns unser Frühstück. Diese Reise hat uns, viel, Mühe gemacht. Wir können eine Stärkung brauchen. Da erinnerte sich der Knabe daran, dass sie den Fisch am letzten Rastplatz vergessen hatten. Moses merkte, dass das ein Zeichen war und sie gingen zu diesem Platz zurück. Dort fanden tatsächlich einen weisen und gütigen Mann sitzen, so als würde er auf sie warten. Moses sprach zu diesem Weisen, kannst du mir das Wissen, das Gott dir gegeben hat weitergeben? Wenn du erlaubst, würde ich dich gern begleiten. Der gute Mann war niemand anderes als Hiesir. Mit einem Lächeln gab er Moses zur Antwort. Ich vermute, dass du meine Taten nicht sofort begreifen wirst. Mich zu ertragen und Geduld zu zeigen, wird dir gewiss schwer fallen. Moses erwiderte. So Gott will, wirst du in mir einen geduldigen Menschen finden. Dann kannst du mir folgen, antwortete Hiesir. Doch darfst du mich bezüglich meiner Taten niemals befragen, bis ich dir selbst die Erklärungen dafür gebe. Nun lass uns gehen. Sie gingen los und bestiegen ein Schiff. Als sie mit dem Schiff mitten auf dem Meer waren, tat Hiesir etwas Merkwürdiges. Er bohrte mit einem Eisennagel ein Loch in den Bug des Schiffes. Moses sprach ihn in großer Angst an. Oh, was machst du da, wenn das Schiff untergeht, werden die Besitzer und wir alle ertrinken müssen. Das ist gewiss keine gute Tat. Hiesir gab ohne ein Zeichen von Ärger eine Antwort. Hast du mir nicht versprochen, Geduld zu zeigen? Moses schämte sich, denn er hatte ihm dies versprochen und nahm sich vor, von nun an zu schweigen. Er entschuldigte sich bei Hiesir. Als das Schiff im nächsten Hafen einlief, stiegen sie aus und gingen ihren Weg weiter. In einem Ort beobachteten sie ein spielendes Kind. Und Hiesir tötete es sofort. Moses war völlig verblüfft. Diese Tat schockierte und betrübte ihn sehr. Er konnte sich wieder nicht zurückhalten und schrie Hiesir an. Nun gehst du aber zu weit. Warum tötest du einfach ohne Grund ein unschuldiges Kind? Hiesir antwortete in aller Ruhe. Mein Lieber, habe ich dir nicht verkündet, dass du meine Taten nicht ertragen wirst? Moses wurde wieder traurig und beschämt. Mit Bedauern versprach er, dass er dergleichen Fehler nicht mehr begehen werde. Er sagte, wenn ich dich nach all dem noch einmal was frage, dann nimm mich nicht weiter mit. So gingen sie weiter und gelangten in ein Dorf. Ihr Proviant ging zu Ende und sie hatten auch kein Geld mehr, um sich etwas zum Essen zu kaufen. So litten sie großen Hunger. Moses und sein Begleiter baten die Bewohner des Dorfes um Brot. Doch diese waren merkwürdige und gewalttätige Menschen. Sie schlugen die Türen vor ihren Gesichtern zu. Ohne Geld bekommt ihr keinen Happen von uns. Schließlich ruhten sie sich erschöpft im Schatten einer Mauer aus. Die Mauer war sehr alt und hatte schon einige Risse. Hiesir stand auf und brachte Lehm und Steine, um die Mauer zu flicken. Er arbeitete ohne müde zu werden. Moses fragte wieder mit großem Erstaunen und mit Neugier. Warum gibst du dir solche Mühe und reparierst die Mauer dieser grässlichen und geizigen Dorfbewohner? Du solltest zumindest etwas Lohn verlangen. Hiesir bückte sich und schaute dabei zu Moses hoch. Oh Moses, es ist die Zeit der Trennung zwischen dir und mir gekommen. Du hast dreimal getan, was du nicht solltest, und nun hör mir genau zu, denn ich werde dir die Hintergründe meiner Taten erklären. Wie du gesehen hast, habe ich jenes Schiff mit dem Nagel beschädigt. Seine Besitzer waren arm und bedürftig. Der Hafen, in dem wir hielten, gehörte zu einem Land, in welchem ein grausamer Herrscher sein Unwesen mit den Leuten treibt. Dieser beschlagnahmt alle guten und intakten Schiffe. So ließ er ihnen ihr Schiff, da es ja beschädigt war. Auf diese Weise können diese armen Menschen ihr Brot damit weiterverdienen. Ich hoffe, du hast mich nun besser verstanden. Moses? Moses hörte ihm mit großer Aufmerksamkeit zu. Du hast recht, flüsterte er kleinlaut. Was du weißt, kann ich nicht wissen. Aber weshalb hast du das Kind getötet? Gibt es da etwas zu verstehen? Hiesir antwortete. Dieses Kind hatte sehr gläubige Eltern, sie sind gute Menschen. Wenn dieser Junge aufgewachsen wäre, hätte er mit seinem widerspenstigen und undankbaren Benehmen seinen Eltern viel Kummer gemacht, woran sie Gott gehadert und ihren Glauben verloren hätten. Mein Herr lehrte mich alle diese Dinge. Er wünschte sich, dass seine Eltern ein anderes Kind bekommen, der ein frommer und guter Mensch sein wird. Deshalb war es besser, dass das jetzige Kind starb. So habe ich nur den Befehl meines Herrn vollzogen und das Kind getötet. Moses erwiderte auch diesmal wieder ganz leise. Du hast recht getan. Doch nun möchte ich noch die Sache mit der Mauer wissen. Hiesir erklärte ihm auch diese Angelegenheit. O Moses, diese Mauer gehört zwei Waisenkindern. Unter ihr ist ein Schatz vergraben. Und ihr verstorbener Vater war ein guter Mensch gewesen. Gott wollte, dass dieser Schatz so lange verborgen bleibt, bis diese beiden Kinder alt genug sind, um diesen Schatz zu finden. Ansonsten hätten die geizigen Dorfbewohner den Schatz den Waisenkindern nicht gegönnt. So befahl mir mein Herr, diese Mauer zu restaurieren, um den Schatz vor den Dorfbewohnern zu schützen. Später können die Waisenkinder von diesem Schatz leben. O Moses! Ich habe nur den Befehl meines Herrn ausgeführt. Das waren nun die Ereignisse, deren Hintergrund du nicht verstanden hast. Moses erhob seine Hände und bedankte sich bei Gott. Er hatte vieles von diesem weisen Mann gelernt. Während er sich überlegte, welche Lehren er daraus ziehen könne, verschwand Hiesir aus Musas Leben.